Du hast dich verändert, kleiner Sort. Und wo ist dein Schmetter-Dino-Schlüssel? Keinerlei Schlüssel? Was macht er denn? Er aktiviert die Schmetter-Kampfrüstung. Das ist mein Lieblingsteil. Ein Schlag und die Sporix-Bestie geht zu Boden. Vorsicht! Schon wieder? Dabei habe ich heute Morgen erst aufgeräumt. Oh nein, nicht das Schlüsselbrett! Hör dich! Wirklich? Ja, ja, sie ist nur etwas aufgeregt. Und sie mag den Scanner nicht. Alles gut, der Scan ist abgeschlossen. Ich muss nur die Daten analysieren. Ich bringe sie einfach raus. Hältst du das für sinnvoll? Sie sorgt ja hier drin schon für genug Aufregung. Glaub mir, wir sind dicke. Ich kenne sie besser als alle anderen. Okay. Aber nimm sie an die Leime. Schön, wenn es dich beruhigt. So, wer hat Lust aufzuräumen? Aufzuräumen? Untertitelung des ZDF, 2020